Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sehen wir mal, wo der neue Gratis-Sterne aus der Woche 6 ist. Nachdem du gehst sofort los. Sollte wir uns haben, um den neuen Gratis-Sterne zu bekommen, muss man einmal hier oben hinfliegen, diese neue WM-Stadion, wie man das nennen möchte. Und zwar befindet sich der Ständer ja dort oben in C2 und da fliegen wir jetzt erstmal hin, Leute. Let's go. So Leute, und zwar kann man hier ein mega fettes WM-Stadion sehen. Und neue WM-Skins werden auch noch folgen. Wenn ihr da zum Video sehen wollt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Aber erst habe ich euch zu sehen, wo der Stern ist. Jetzt haben wir uns einmal diese Mauer hier wegmachen. Und hier kann man so einen roten Wagen erkennen, wie damals in Retail Row. Und dann wird sich genau hier, Leute, der Stern befinden. Leider habe ich ihn ja schon von der, nicht vorherigen Woche, sondern vor diesem Update davor. Aber jetzt ist er nämlich hier und nicht mehr in Grease. Deswegen, Leute. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo. Da würde mich mega freuen. Aktiv zu gucken, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich bin raus, Leute. Haut rein und ciao.